Liebe Freunde, ich möchte mich ganz herzlich auf diesem Wege für die vielen Rückmeldungen für unseren musikalischen Adventskalender bedanken. Es freut uns sehr, wenn dieser so ankommt und sehr gerne gebe ich das Dankeschön und das Lob an alle Mitwirkenden weiter. Heute starten wir mit dem Lied aus unserem englischsprachigen Gesangbuch. Es ist die Nummer 277, Come for the Fees is spread. Das Lied ist vierstündig. Amen. Ein gutes, besonderes und gesegnetes 2024 und liebe Grüße aus Salzburg.